oder am besten doch gleich jetzt ja also jetzt spielen wir gerade wirklich die letzte map erstens die letzte map die ich jetzt spielen werde mit dem du wie make made you make you make you make make you make for the version 4 es ist die letzte mit der spiel werde mit der mit der mod und das ist auch gleich hätte ich die letzte map die man damals mit der server version spielen konnte wie sagt mittlerweile kenne ich alle mit auswendig von 12 12 tonja spiele ich noch nicht so lange und vor allem auch nicht so oft was ich mich erst mal selber um das ist ja nett jetzt bin ich noch von vorne es ist meine ehre zu präsentieren den apple one toll 5 11 so hier ist das dankeschön kann ich bebrauchen nach der exklusion achte doch auf alle die gar die dinger sind ja geil aus vor allem diese 3d ist alter ich liebe diese netz die ist ja mittlerweile gar nichts mehr so viel 2d ist ist ja schon nice so guckt euch diese textur einfach an, der sieht einfach so krank aus verglichen mit damals Vanilla Dune oh, sie kommen alle direkt zu mir das ist jetzt eher schlecht fuck go oh, ist schon tot na ja nice das war's das war jetzt schon langweilig und traurig so, wir sind jetzt soweit durch wahnsinnig Glückwunsch knock nah gut äh, den kennen wir mittlerweile 2 m1 und damit würde ich sagen verabschiede ich mich für diese let's play reihe wünsche euch allen einen angenehmen ja also das let's play ist jetzt erstmal vorbei und wir sehen uns dann gleich wieder zu dem nächsten let's play und zwar auch wieder episode 1 allerdings mit dark dune das wird heute fast wo ist ich gerade halb neuner krieg also draußen schön dunkel